102 nachladetempo nein nein panzer brechend ist ja auch cool aber ich habe keine feelings schussfolge ja komm panzer brechend hole ich mal rein da kann ich was rückstoß ja das ist gut ja das ist geil so dann gehe ich mal zum heilmittel meine stimme kackt einfach ab kann nur sein weil ich jetzt hier schon den ganzen tag aufnehme aber so ich habe ein bisschen was hier stehen das gut ich trinke da ist mir was und das lohnt sich bestimmt hoffe ich das lohnt sich richtig jetzt dankeschön verbesserte radius von brandbomben supergeil ok zack 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 voll ich gehe gleich nochmal eben upgraden ok ich gehe hier mal eben 60 ähm nein doch nein schwanken der waffe wollte ich auch noch machen unbedingt mal schwanken der waffe riecht mich manchmal so doll auf warte mal ich kann hier kann ich einmal nachladen so nehme ich das gleich mit so ich habe gesagt das ist all right ähm kann ich da hinten jetzt wieder hin kann ich wieder ein bisschen laufen ein bisschen joggen das ist nur blöd dass ich so langsam laufe ok ich habe viel im Gepäck mit naja dann mal los ok Eliabolo Nachladetempo muss dafür besser äh Nachladetempo ich benutze gerne den hier aber ich reich wollte gerne hoch so das wird uns helfen und jetzt gehe ich mal zum Heilmittel aka Eli nicht Kelly wie aka ja scheiß drauf ähm hier ist nichts hier ist auch nichts mal gucken ich was nichts nützliches hier ist nichts außer medizinischem Krempel ich kapier's nicht sieht aus als wären sie überstürzt geflohen vielleicht nicht alle davon bleib in meiner Nähe ok hier ist kein Zeug nee sah nicht so aus ok gehe ich mal hier hoch mal gucken wer uns hier erwartet was uns hier erwartet besser gesagt oder warten tun uns hoffentlich hier niemand so sag mal durch die Tür warum mach du die Tür auf Eli geh mal rein keine Leichen das ist gut oder es fragt sich wo sie hin sind ich habe einen Ziegelstein gefunden endlich ich habe den Ziegelstein nein der Ziegelstein ist mein ok ich weiß nicht von wen die Bilder sind aber ich denke mal irgendwie von den Entwicklern will ich jetzt so als erstes behaupten so was in der Lade mit Pillen hier kann man richtig viel looten ohne Mist so viel habe ich den ganzen Game nicht gelootet ich kann eigentlich ja muss ich gar nicht die Tür aufmachen nein den Gestein nein nein ich habe meinen Ziegelstein zerbrochen oh Ziegelstein ok hier haben wir lang oh ne hier war ich gerade ne da war ich auch schon ne die Tür wollte ich sogar nicht aufmachen ne hm dann gehen wir mal zu Eli ich laufe so langsam oh hier kann ich was öffnen ein bisschen ein bisschen krimpel hier sind noch ein paar Bilder ich finde das witzig wir Ziegelstein da rumzuwerfen Mist ähm das sind dann wohl Klicker ja nein Klicker verstecken sich nicht ok ich gehe mal hier rein ich schuppe es um kacke blödes Viech verbisse so hier sind ein paar Sachen und hier ist ein Röntgenbild eines Pilzes lesen lesen Röntgenbild des Pilzwachstums ins Gehirn von Patienten jip und ich habe auch schon mal nachgeguckt äh was für ne Krankheit ist nur ich weiß nicht mehr was das für eine ist die gibt es auf jeden Fall nicht wie ich gesagt habe ich hoffe wir werden was finden das ist doch Munition oder nicht ich kann nicht aufnehmen hier auch ne sieht nur so aus wie Munition oder so keine Ahnung so hier haben wir aufmachen so ist nichts mehr und einmal gegenpressen wenn sie die Firefly suchen sie sind weg was du nicht sagst ich bin tot oder bin es bald ich hatte Zeit nachzudenken es gab Jahre da schienen wir etwas zu ganze scheiße reine Zeit verschwinden das nicht mitmachen die anderen suchen sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City sie finden sie dort dabei die Welt zu retten viel Glück damit weißt du wo das ist ich kenne die Stadt ist es weit weg das ist ziemlich weit vielleicht mit einem Pferd was sind das Fireflies weg ist das so aus wenn es keine Fly ganz egal wir haben ein Ziel machen wir dass wir wegkommen okay ich gehe erstmal lang so schnell möchte ich die ganze Zeit laufen ja dafür wirst du bezahlen und dafür wirst du ein Ausgleich erleiden und die werde ich mal nicht upgraden so Aua da ist einer da ist einer Aua verpiss dich da dolle Muschel du so da sind zwei nein so der andere ist da nein ich wollte gerade abdrücken so hier war ich noch gar nicht okay Munition und Verbandskassen Verbandskassen bin ich behindert so was willst du denn da so Munition Ziegelstein habe ich noch und dann eben mich verbinden ganz dringend okay dann geht es auch weiter okay dann runter der schön runterfallen okay dann dort bei dem vorbei dann hier durch nein du kriegst mich nicht ich werf dich da runter ganz sicher komm schon Ellie oh nein okay Oh shit. 1, 2, 3. Aua. Das sieht extrem nicht schön aus. Was er nämlich... Ja. Oh Gott. Komm schon hoch. Schon entdeckt. Mist. Okay. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freunde getötet, Arschloch. Na los, hör aus da. Machen wir es auf die harte Tour. Oh shit. So. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, John. Und jetzt komm. Los, Joel. Bitte vertrau, Ellie. Mach schon. Ganz ruhig. Ich bin gerade auf... Links gefallen. Komm schon. Okay. Okay. Oh Mann. Hier, hält dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Okay. Ich humpel. Beziehungsweise krüppel. Ein bisschen hier durch. Los, komm. Los, bitte. Und bitte keinen Gegner mehr. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Bitte, Joel. Bitte. Hey. Hey. Joel. Hinter dir. Was? Ellie. Bleib. Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Oh Mist. Joel. Hier. Steh auch. Legt den Arm um mich. Okay. Boah, ich finde das richtig gut, dass Ellie sich um Joel kümmert. Ohne Mist. Aber ihr könnt immer noch lachen. Komm schon, bitte. Da ist der Ausgang. Komm schon, Joel, bitte. Komm schon, Joel, bitte. Du bist scheiße. Ohne. Ohne. Komm schon, Joel? Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh ich schon auf. Joel? Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Du verjagst ihn nur. Du verjagst ihn nur.